Hallo liebe Schüler, heute machen wir zusammen den Cupsong. Cupsong ist Englisch und heißt im deutschen Becherlied. Verrät schon, was du dafür brauchst. Einfach einen Plastikbecher. Wir machen so wie immer. Ich mache vor, du machst nach. Ich spiele den gesamten Cupsong und dann machen wir Schritt für Schritt zusammen. Okay, es geht los. Das war der ganze Song, das ganze Lied. Und jetzt machen wir es zusammen und sprechen dazu. Okay, ich mache es einmal vor, dann machen wir dreimal nach. Klatsch, klatsch, patsch, patsch, patsch. Alle zusammen. Klatsch, klatsch, patsch, patsch, patsch. Klatsch, klatsch, patsch, patsch, klatsch, klatsch, patsch, patsch, patsch. Sehr gut. Soweit. Nächster Schritt. Klatsch, 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 klatsch und check. Okay, soweit jetzt alle zusammen. Klatsch, Klatsch, Patsch, 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 Klatsch und Check. Eins, jetzt kommen zwei. Klatsch, Klatsch, Patsch, 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 Klatsch und Check. Das war die zwei. Klatsch, Klatsch, Patsch, 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 Klatsch und Check. Das war die drei. Es geht weiter. Bis dahin mache ich vor. Dann machen wir zusammen. Klatsch, klatsch, patsch, 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 klatsch und check. Klatsch und patsch und zusammen. Klatsch und patsch und sehr gut. Und nochmal. Klatsch und patsch und. Und noch einmal. Klatsch und patsch und. Sehr gut. Bis dahin machen wir alle zusammen. Und dann spiele ich einfach weiter und wir machen den nächsten Teil auch wieder gemeinsam. Klatsch, klatsch, patsch, patsch, patsch. Klatsch und check. Klatsch und patsch und schnapp. In die andere Hand. Den Arm auf den Tisch und weg. Nach rechts wegstellen. Okay. Bis dahin. Alles zusammen. Machen wir jetzt dreimal. Bis dahin. Klatsch, klatsch, patsch, patsch, patsch. Klatsch und check. Klatsch und patsch. Und schnapp. Und weg. Klatsch, klatsch, patsch, patsch, patsch. Klatsch und check. Klatsch und patsch und schnapp. Und weg. Und jetzt noch einmal ohne sprechen. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Los geht's. Klatsch, 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 patsch, patsch. Klatsch, klatsch, patsch, patsch, klatsch. Ihr habt gemerkt, die Frau Nitsch war jetzt auch wackelig. Also noch einmal alle zusammen. Mitsprechen. Klatsch, klatsch, patsch, 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 klatsch. Klatsch und weg. Klatsch und schnapp. Und falsch. Frau Nitsch hat ganz viele Fehler gemacht. Ich hoffe, ihr habt's gemerkt. Okay, wir machen es auch einmal ohne Fehler. Jetzt geht's. Klatsch, klatsch, patsch, patsch, patsch. Klatsch und check. Klatsch und patsch und schnapp und weg. Jetzt hat's geklappt. Wenn ihr jetzt am Abendessenstisch sitzt mit der Mama, mit dem Papa und dem Geschwister und ihr habt vielleicht von so einer bekannten Möbelfirma die Becher zu Hause in verschiedenen Farben, dann ist es schlau. Jeder bekommt eine andere Farbe und ihr spielt das zusammen. Und zwar gibst du am Schluss immer dem, der rechts von dir sitzt, den Becher weiter. Und wenn der Becher wieder bei dir angekommen ist, dann wünsche ich euch guten Appetit, eine gute Zeit. Bleibt brav, bleibt gesund. Ich freue mich, euch zu sehen. Und habt Spaß mit dem Cup Song. Ciao. Ciao.